Schon moin Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur Hardcore-Ultra-Super-Deluxe-Version von Tarkov. Dank euch ist es soweit, ihr habt das Spendenziel gestern voll gemacht und jetzt ist sie da. Die, ich weiß nicht genau wie sie heißt, ähm, Dark Water Edition, Dark Days. Ihr seht schon hier, dass der Gamma-Container am Start ist, der größte Container, den man haben kann. Da kann man sogar so eine kleine Pipi reinmachen, also mitnehmen, ne, ganz sicher. Ihr wisst ja, der Gamma-Container ist der, der übernommen wird, wenn man stirbt. Des Weiteren bin ich jetzt schon von Anfang an so hart ausgerüstet, wie ihr hier sehen könnt, dass es einem eh erstmal an nichts fehlt, es ist sogar eine AWP dabei, what the fuck, eine SV, so und so. Jetzt habe ich auch gerade gestern noch mit Adrian ein paar Runden Tarkov gespielt und wir waren voll equippt, also mit Juggernaut-Anzug, dem Helm, Waffen und so weiter. Leider ist Adrian ziemlich früh gestorben, aber ich konnte echt, äh, richtig fette Kills machen. Ich konnte einen ganzen Squad ausschalten, bin dann auch weitergerannt, hab dann noch zwei gekillt und bin dann leider doch eben kurz, nicht zwingend kurz vorm Ziel, aber doch kurz vorm Ziel gestorben. Aber es war echt eine geile Runde, die müsst ihr euch anschauen, die ist auf Twitch auch immer noch drin, also im gestrigen Stream, im Stream vom, äh, 24.05. am Ende. Das war ziemlich heiß. Und ja, jetzt dachte ich mir, ich hasle euch hier auch was Schickes hin. Zuallererst so zum Aufwärmen eine Runde Scaff. Jetzt habe ich die Kronen. Hui! Jetzt bin ich halt Level 1, weil man das Spiel komplett resetten muss, wenn man sich, äh, eine neue Version holt und es aktualisiert dann. Das Level, das ich hatte, war lächerlich, also ich glaube Level 8 oder Level 9 war es am Schluss und ich hatte eine Million Rubel und ein paar Tausend, äh, Dollar. Das ist, denke ich, wieder schnell drin. Und vor allem weiß ich ja jetzt, dass ich jetzt die Version habe, bei der ich bleibe oder bei der ich bleiben möchte. Und dadurch ist es auch jetzt wieder sinnvoller. Also als ich erfahren habe, dass ich das Spiel resetten muss, wenn ich die neue Version habe, war das kurz so ein leichter Einbruch der Freude über das Vorankommen im Spiel, weil ich alles ja wieder abgeben muss. Das kann zwar immer noch passieren durch Updates, also wenn ein großes Update kommt, kann es sein, dass alles resettet wird. Aber trotzdem bin ich bereits jetzt schon bei meiner Versi- Wow! Bei meiner Version, die ich haben möchte. Das ist ein Bot, nehme ich an. So wie der rumläuft. Adrian und ich wurden gestern so gebeutelt hier auf Factory. Ich werde jetzt einfach dem Bot hinterherlaufen und den killen, dass ich erstmal eine Schrotflinte habe. Mit der Pistol kann man, glaube ich, nicht arg weit. Exploring-Bonus. Ach ja, genau. Ich bekomme jetzt nochmal die ganzen Boni. Neu gutgeschrieben, weil ich ja für das Spiel ganz neu bin. Ich werde jetzt nicht großartig hier rumlooten. Ich raste jetzt einfach voll aus. Oben wird geschossen. Hallo, Trayduk? Ist hier jemand? Schön lehnen. Jawohl. Da ist einer gelaufen, hast du gesehen? Haha. Jawohl, der eine hat einen fetten Rucksack. Ich muss schnell die Munition holen. Go, 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 go. Wahrscheinlich kommen die anderen Bots jetzt gleich angelaufen. Ich gucke mal kurz, ob die voll ist. Jawohl. Da unten ist einer auf der Treppe. Ich habe ihn gesehen. Ich glaube, der spricht sogar mit mir. Unter mir ist auch einer. Shit. Boah. Okay. Ich glaube, das waren Spiele. Da kommt einer. Boah, zwei. Nein. Oh, sch. Beide hintereinander. Das war eine ganz schöne Frechdachsaktion, meine Herren. Seit wann greifen die Bots einen gleichzeitig hintereinander an? Naja, immerhin hat diesen einen Spieler gekillt. Bei den Scafs weiß man leider nie, ob das jetzt Spieler waren oder eben nicht. So, und jetzt sind wir warm, ne? Jetzt können wir richtig ran an den Speck. Das heißt, ich werde mich jetzt hier einfach dick ausrüsten. Schön Bodyarm anziehen. Den Helm anziehen. Also schön auf Aggressivität gehen. Ich weiß nicht, wie wir sind, das macht, die Sachen zu versichern, aber ich mache es jetzt einfach mal. Denn an Geld kommen wir, wie wir alle eigentlich wissen, ganz gut ran. Deswegen sollte das so passen. So, jetzt werde ich direkt mal versuchen, da was Schönes rauszuholen aus Customs. Alter, wie der schon aussieht. Ich kann nur noch mal schwärmen von der Runde von gestern. Das war echt der Hammer. Also wir sind mittelmäßig aggressiv rumgelaufen, Adrian und ich. Und auf einmal kam eben ein ganzer Squad auf uns zu. Drei Leute, wir waren nur zu zweit. Und die waren alle ganz gut ausgerüstet. Nicht optimal, also nicht full equipped, aber schon ganz gut ausgerüstet. Und leider haben sie Adrian direkt so eingekesselt, dass er nicht mehr hinter einem Train wegkam. Die waren praktisch direkt auf den Schienen, wo auch die Züge waren. Adrian hat sich hinter einem Zug versteckt, aber konnte von unten angeschossen werden. Und ich habe mich nach rechts hinter der Wand gerettet. Habe dann einen gehadschottet. Bin dann außenrum gelaufen, habe den anderen gekillt. Und dann am Schluss nochmal den dritten. Und dann kamen aber schon wieder weitere und ich musste dann weg. Es war ein bisschen schwierig. Und auch vor allem sehr schade, weil da ja alles voll mit Loot war. Aber da kann man nichts machen, wir sind ja bescheid, ne. So, gut. Jetzt habe ich diese AKS dabei. Das ist, glaube ich, auch nicht die krasseste, aber sollte erstmal ausreichen. So, wo können wir raus? Crossroads, Trailerpark, Warf, Roadblock oder Smugglers Boat. Okay, ich hoffe, Smugglers Boat ist diesmal da, falls ich da hin möchte. Da läuft jemand. Ultraklaus, läuft jemand rum. Okay, ich gucke mal raus. Ah, wir sind hier. Okay, alles klar. Da vorne wird schon geballert, aber ordentlich. Nice. Jetzt gucken wir uns hier mal genau um. Ich schaue hier mal rein. Sehr schön, sehr schön. Komm, haben wir noch was? Das ist nichts. Das ist natürlich frech, dass hier nichts drin ist. Sehr schön. Ich habe einen Aufsatz und ein Magazin. Okay. Ich freue mich jetzt so richtig auf die kommenden Tagauf-Geschichten. Also vor allem auch im Stream mit euch zu spielen. Das ist schon echt richtig geil. Aber auch Solo werde ich hier einiges reißen. Hoffe ich doch. Wow. Ich dachte, da wäre jemand. Vor allem jetzt halt mit dem großen Stash. Das ist schon cool, ne? Also ich kann jetzt Skeff-Runden machen und muss für das erste Mal gar nicht so arg großartig sortieren, verkaufen und sowas. Ihr wisst ja, ich bin eher ein Horter in dem Spiel. Und das ist natürlich nice, wenn man da so ein bisschen mehr Platz hat als davor. Ihr habt ja gesehen, wie voll das immer alles war. Jawohl. Munition, okay. Ich examiniere den Scheiß dann zu Hause, wenn wir wieder in unserem Stash sind. Soweit ich weiß, soll ja für das Stash oder für diese Lobby praktisch, in der man sich da aufhält mit den Tradern und sowas, da soll es ja dann auch eine richtig grafische Geschichte dafür geben. Also wirklich ein Versteck, das man sich ausbaut. Da bin ich auch schon extrem gespannt drauf, wie sie das machen. Jetzt, wo die Vollversion hier am Start ist, kann ich auch endlich richtig einsteigen. Es hat sich, wie gesagt, so halb nur angefühlt. Als ich erfahren habe, was man da alles Tolles haben kann und vor allem, dass man auch den Season Pass direkt hat. Also für jegliche Erweiterung sofort mit am Start ist und nichts mehr extra zahlen muss. Da war das schon irgendwie, für so ein Spiel wäre das hier einfach ein kleines Muss, oder? Meint er nicht auch? Ich weiß, manche sind nicht so sehr überzeugt davon, also von diesem Season Pass, beziehungsweise von dieser großen Erweiterung, nicht von dem Spiel an sich. Ich denke, den meisten gefällt es. Ich bin so jemand, der bei Dingen, die ihm halt gut gefallen, speziell bei Spielen, der dann wirklich alles haben will. Bei Fallout habe ich mir auch damals direkt für die Xbox alle Erweiterungen geholt, für Fallout 3 und Co. Es ist eigentlich bei jedem Spiel so, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Da hole ich dann direkt alles. Da läuft aber einer, oder? Oder regnet es? Ich weiß nicht so genau, es klingt wie Regen oder Steps. Aber es klingt so gleichmäßig und bewegt sich nicht. Ich glaube, ihr hört es wahrscheinlich kaum. So ganz leichtes Rieseln oder Bröseln oder sowas. Wer bröselt denn hier? Jetzt schaue ich noch geschwind hier drüben rein, ob das offen ist. Oh oh, Schüsse, sehr close. Die Schüsse, gerade eben die letzten zwei. Draußen wird so geballert. Also das hier dringend klingt echt total merkwürdig. Ich höre so komisch, ist das Graschel. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist irgendwo was. Ah, die sind drüben bei den Hallen. Okay, das ist jetzt etwas zu weit weg. Da müsste ich jetzt einen Umweg gehen, um die umzuhasseln. Aber ich denke, wir treffen spätestens da vorne noch auf einigen Widerstand. Deswegen heben wir uns unsere Rüstung erstmal auf. Und da fällt mir ein, ich habe gar kein Mediczeug mit. Gott, bin ich bescheuert. Nein. Okay, 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 okay. Das ist jetzt irgendwie kacke. Das ist echt bescheuert. Was habe ich gemacht? Gerade gestern hat man was davon gehabt im Stream. Und ich habe mich voll bepackt mit allem möglichen. Und war so beladen mit Bandagen, Splints und diesem komischen AI-Zeug. Jetzt gehe ich einfach nackt los. Mit meinem Anzug, bin ich bescheuert. Irgendwann habe ich hier was zu essen gefunden. Das ist ja schon mal Ebbes. Schade, das haben die Schüsse dahin aufgehört. Ich habe kurz gedacht, ich renne vielleicht voll auf die Schüsse zu. Das klang nach einer Pistole. Ich denke, eine Pistole hat keine großartige Chance gegen uns mit dem fetten Anzug. Aber es ist echt bescheuert, dass ich jetzt keine Medics mitgenommen habe. Wisst ihr, wenn mich einer blöd trifft und ich am Verbluten bin und einfach schlicht und ergreifend nicht ins Ziel komme, weil ich davor verblute. Ah, okay. Ich habe jetzt doch eben noch gesehen auf dem Handy, dass mein Grill jetzt demnächst kommt. Das heißt, wenn mein Girly Girl da ist, bin ich eh erst mal unfokussiert. Darum gucke ich, dass ich jetzt so schnell wie möglich zum Smuggler Boats komme. Smuggle Boats, Smugglers Boat. Smuggle Boats? Zu den Snuggle Boats, da kuschelt man. Das Gebäude macht mir immer Ultra-Sorgen. Beryl und ich standen da mal drin und man kann echt richtig geil rausgucken und hat eine gute Übersicht. Wenn da mal einer drin sitzt und man hier langläuft, ist man so gefistet. Okay, Obacht, jetzt kommt hier der wichtige Punkt. Ach ja, und nächstes Mal gibt es dann natürlich mal direkt eine neue Karte, die wir uns angucken. Aber erstmal müssen wir das ja noch irgendwie überstehen. Ich denke, dass da oben jetzt hier gleich jemand wartet. Oder auch nicht. Okay. Schön. Leute, wisst ihr eigentlich, warum ich jetzt nicht schnell laufen kann? Also ich kann hier nicht weiter hochscrollen, ne? Mit dem Scrollrad. Da unten links seht ihr es. Warum kann ich jetzt nicht mehr ganz hochscrollen? Da war was. Hier ist irgendwo einer. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau davon habe ich gesprochen. Scheiße. Okay, hoffentlich ist der allein. Da vorne ist jemand. Okay, ist down. Ich hoffe, dass der irgendwas hat zum Heilen. Darauf spekuliere ich jetzt. Ich bin gleich tot. Shit, Smugglers Bowl ist nicht da, Leute. Ich bin gefickt. Fuck, nein. Ach, so eine Scheiße. Ich habe echt noch zwei gefistet und bin dann verreckt, weil ich einfach keinen Heelstuff hatte. Wie bescheuert. Das wird mir eine Lehre gewesen sein. Aber schön die beiden noch weggejuggelt, die Pisser. Vielleicht wird mein Zeug da unten ja nicht gefunden. Ich bin ja jetzt so ein bisschen im Grünen gestorben. Und möglicherweise zieht dann die Versicherung und ich bekomme das Zeug wieder zurück, wenn ich scheiße Hund rufe. Wir sind ja reich. Aber ja. Ah, ah, bitter. Merkt euch das immer, Leute. Merkt es euch jedes Mal. Nehmt Heelstuff mit. Verschissen nochmal. Jetzt haben wir hier noch diesen Kram, den ich denke, ich werde es einfach verkaufen. Obwohl der Schali natürlich gar nicht mal so uncool ist, ne? Aber wisst ihr was? Den behalte ich jetzt mal. Ich will ja auch modden und hin und her und deswegen kann ich ja nicht immer alles verkaufen. Das mache ich dann, falls ich mal Geldnot habe. Aber so ist erstmal alles in Ordnung. Okay, Leute. Echt eine bittere Sache, aber hey, was soll's. Wir wissen jetzt Bescheid. Heelstuff und fertig ist der Luck. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugesehen habt. Dankeschön auch für die Daumen nach oben und so weiter und so fort. Ihr könnt auch gerne hier natürlich wieder, wenn es euch gefallen hat. Daumen favorisieren, kastrieren, ornanieren und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch extra noch bei meinen Patreons, Laurin und meiner Swin. Vielen Dank an euch für die Unterstützung. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.